Zähneputzen So, Katakalo, jetzt müssen wir noch Zähneputzen. Zähneputzen, ich hasse Zähneputzen! Ja, Katakalo, es muss sein. Du weißt doch. Willst du zum Katzenzahnarzt? Nein, will ich nicht. Na, deswegen. Schau, ich hab dir eine neue Zahnbürste besorgt. Die Zahnpasta liegt schon da. Ja, also gut. Zähneputzen. Mund auf. Na, weh. Na, schau mal, Märchenvieh. Jetzt hab ich mir gerade den Pelz so schön geschleckt und jetzt hab mir dieses Zahnpasta-Vogelvieh voll auf meinen Pelz gepullert. Das hast du jetzt aber lustig gesagt. Du sagst, der Zahnpasta-Vogel hat dich abgekackt. Ja, schau mal. Überall weiße Flecken. Ja, komm, die putzen mir ein bisschen. Ja, weh. Jetzt hast du's auch noch schön verteilt und eingerieben. Deswegen hasse ich dieses Zähneputzen. Boah. Jetzt muss ich mich wieder abschlecken. Das schmeckt eh so grauslig. Zahnpasta ist doch nicht grauslig. Na ja, aber gut, auch nicht. Wonach soll denn Zahnpasta schmecken, dass du's gern machen würdest? Na, das wissen die Kinder und du auch. Kaiserschmarrn. Ja, natürlich. Und ein bisschen nach kleinen Bäumen. Nach kleinen Bäumen? Na ja, dieses Bromokkoli. Bramukkoli. Brokkoli? Seit wann magst du Brokkoli? Na ja, ich stecke ihm voller Überraschungen. Du, ich muss jetzt deine Geschichte hören und schläg mir nebenbei meinen Pelz. Okay, das lässt sich machen. Aber wir müssen später trotzdem noch deine Zähne putzen. Ja, das kann von mir aus warten. Bis in dreitausend Sekunden? Nein, Jahre! Ach Katakan, du bist so lustig. Leg dich einmal her da. So. Ah, das ist der schon wieder fast weg. Reg dich nicht so auf. Kinder, macht es euch gemütlich. Die Geschichte heißt Die Geschichte vom weißen Reh. In einer Kaserne lebte unter vielen anderen Soldaten ein Koporal, der ganz verschieden von den übrigen war. Wenn diese sich mit Karten oder Würfelspiel unterhielten und tüchtig dem Becher zusprachen, ging er in die freie Natur, betrachtete die Schöpfung und erfreute sich der Bäume, Blumen und Gräser. Namentlich war er ein großer Tierfreund, der kein Tier leiden sehen konnte. Sein Weg führte ihn gewöhnlich in einen Wald. Da konnte er die längste Zeit am Boden liegen und den Eichhörnchen, die sich über ihm in den Zweigen dummelten, zusehen, auch wohl dem Gesang der Vögel lauschen, dann das einzige Treiben der Ameisen beobachten oder mit seinem Blicken ein flinkes Reh verfolgen. Einst lag er selbst vergessen da und sah träumend vor sich hin, da hörte in der Nähe ein Geräusch, als ob jemand sich gewaltsam durch verworrene Zweige Bahn brechen wollte. Und als er um sich blickte, gewachte er ein schönes, schneeweißes Reh, das vor ihm aus dem Wald auftauchte und verschwand. Dadurch wurde er aus den Gedanken gerüttelt und konnte diese Erscheinung nicht aus dem Gedächtnis bringen. Ja selbst im Traum erschien sie ihm. Am nächsten Tag ging er an dieselbe Stelle und dachte fortwährend, ob er das weiße Reh wohl wieder zu Gesicht bekommen wäre. Und richtig, es kam und als es an ihm vorbeigelaufen war, blieb stehen, sah er sich um und winkte ihm mit dem Vorderfuß. Der Korporal stand auf und folgte ihm. Plötzlich blieb das Reh stehen, wandte sich um, winkte nochmals und verschwand in der Erde. Was soll das heißen? dachte der junge Mann und ging zur Stelle hin. Da sah eine ziemlich große Öffnung in der Erde und eine Stiege, die in die Tiefe führte. Er ging hinunter und kam in ein Gemach, das mit lauter Gold und Silber und anderen prachtvollen Schätzen angefüllt war. Nun dachte er, was soll ich tun? Soll ich mir von den Kostbarkeiten, so viel ich tragen kann, mitnehmen? Oder soll ich alles stehen und liegen lassen und nichts berühren? Vielleicht hat mich das Reh nur zu diesem Zweck hergeführt, damit ich mir nehmen kann, so viel ich will. Aber nein, es ist ja nicht mein Eigentum und fremde Sachen soll man nicht anrühren. Ich werde mir bloß alles ansehen und wieder gehen. Bei dem Ansehen der schönen Dinge verging die Zeit und als er den Ausgang suchte, gewahrte er ein zweites, größeres Gemach, das sonst nichts enthielt, als in einer Ecke einen Tisch und an den Wänden Bänke. Er ging hinein, setzte sich um auszuruhen und da fühlte er Schwere in allen Gliedern und nickte ein. Wie lang dies dauerte, konnte er nicht beurteilen, als er aufwachte, hörte er zwölf starke Uhrenschläge. Es wurde die Tür geöffnet und zwölf schwarze Männer traten ein, von denen einige Musikinstrumente trugen. Die setzten sich auf die Bänke zum Tisch und fingen an zu musizieren und die übrigen tanzten. Einer kam und forderte auch ihn zum Tanz auf und schon wollte er aufstehen und mitgehen, da gewahrte er bei der Tür das Reh. Es gab ihm ein Zeichen, er möge nichts gehen. Er blieb sitzen und sah dem Treiben zu. Plötzlich schlug es ein Uhr und kaum war der Ton verhallt, verschwand der Spuk und er blieb allein. Nun kam das Reh und sprach zu ihm, dass er wohl daran getan, nicht getanzt zu haben. Dann fragte es ihn, ob er nicht einen Wunsch habe, den er gern erfüllt sehen möchte. Ach, den hätte ich wohl, meinte der Korporal, aber leider würde es sich nicht verwirklichen. Was für ein Wunsch ist das? versetzte das Reh. Der Wunsch zu reisen, die Welt kennenzulernen, erwiderte er. Das wäre mein einzig Glück, aber ich habe kein Geld und bin als Soldat gebunden. Daher muss ich mein Leben unter Kameraden zubringen, die mich nicht verstehen und mich sogar verspotten. Nun, sprach das Reh, dieser Wunsch soll erfüllt werden. Geh nach Hause, es wird Tag. Morgen sehen wir uns wieder. Am nächsten Tag fiel sein Wesen den Kameraden auf und über viele Fragen gestand er einem von ihnen, den er am liebsten hatte, sein Abenteuer. Dieser bettelte so lange mitzunehmen, bis er sich nach vielem Streuen entschloss. Nun gingen sie nachmittags zur selben Stunde auf den Platz, wo dem Korporal das Reh erschien. Nicht lang warteten sie, da sahen sie es kommen. Sie folgten ihm und es führte sie zu derselben Stelle wie tags vorher. Beide gingen ihm nach, die Stufen hinunter und kamen in den Saal, wo die Schätze aufgehäuft waren. Der Korporal rührte wieder nichts an, aber sein Kamerad war so gierig und stopfte sich Säcke und seinen ganzen Rucksack voll. Ja, sogar unter sein Chaco steckte er Schmucksachen. Als er beladen war, sodass er kaum gehen konnte, wollte er sich entfernen, aber, oh Schreck, die Öffnung war verschüttet und sie waren gefangen. Was war zu tun? Der Soldat musste sich seiner Schätze entledigen und sie machten sich gefasst, die Nacht in diesen unheimlichen Gemächern zubringen zu müssen. Sie gingen in den zweiten Saal, setzten sich nieder und nickten ein. Um zwölf wurden sie durch zwölf starke Schläge geweckt und es kamen wieder zwölf Männer, so wie vorige Nacht. Sechs nahmen die Instrumente und fingen zu musizieren an, die anderen tanzen. Die zwei Soldaten wurden aufgefordert mitzutanzen. Der eine ließ sich nicht lang nötigen und tanzte, aber der Korporal sah das weiße Reh stehen und ihm abwinken, dass er nichts tanzen möge. Daher blieb er sitzen. Sein Kamerad ging aus einer Hand in die andere. Alle tanzten mit ihm. Er konnte kaum mehr atmen und Baben möge ihn ausruhen lassen. Aber nein, die Musikanten fingen immer schneller und schneller an zu spielen. Sie hatten kein Erbarmen und schleiften ihn herum, bis die Glocke einschlug. Da verstummte die Musik und sie verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren und zogen den Soldaten, der den Geist aufgegeben hatte, fort. Der Korporal sah sich um und fand den Weg, der zuvor verschüttet war, offen und das Reh sprach. Dein Wunsch wird erfüllt werden. Oben wirst du einen Wagen finden und unterm Sitz das nötige Geld, um zu reisen. Zieh in die Welt und in Kammerland wirst du von mir hören. Es nahm einen Ring, zerbrach ihn, gab die eine Hälfte ihm und die anderen behielt es und sagte, dies gebe ich dir zum Andenken, bewahr es gut. Nun bat der Korporal des Rehes, möge ihm sagen, wie es in die Gestalt gekommen sei. Rehe sprechen ja nicht. Da sprachst, ich bin eine verwunschene Prinzessin und muss drei Jahre als Reh herumgehen und mich vor den Jägern verstecken, damit mich niemand erschießt. Aber nach dieser Zeit bin ich erlöst und hoffe dich dann zu sehen. Er ging hinauf, als er sich vom Reh verabschiedet hatte und fand oben einen schönen Wagen mit zwei prächtigen Pferden bespannt und einem Kutscher am Bock. Er stieg ein, schlug den Sitz in die Höhe und fand den Kasten mit Goldstücken gefüllt. Nun fuhr er hinaus in die Welt, nach der er sich so sehr gesehnt und sah sich dieselbe an. Wo es ihm gut gefiel, hielt er sich länger auf und auf diese Weise verging die Zeit rasch und angenehm, sodass drei Jahre verstrichen. Nun fuhr er nach Kammerland, das war eine große Stadt und kehrte im ersten Gasthof ein. Als er die erste Nacht schlief, hatte er einen merkwürdigen Traum. Es kam eine schöne, schwarz gekleidete Dame und sagte, er möge aufstehen und ihr folgen. Sie führte in einen Ballast, da sah er den König am Thron sitzen und die Dame ließ sich mit ihm vor dem König nieder und dieser segnete beide. Da fragte die Dame, wo er seinen Ring habe. Er nahm die Hälfte des Rings, den sie ihm vor drei Jahren das weiße Rege geben und sie brachte die andere Hälfte und fügte die Teile zusammen. Darüber erwachte er, aber der Traum war so lebhaft, dass er glaubte, dies wirklich erlebt zu haben. Als er morgens aufstand, erzählte ihm sein Diener, es sei heute Nacht eine fremde schwarze Dame im Gasthof angekommen, welche mit ihm zu sprechen gewünscht habe. Er habe aber so fest geschlafen, dass er ihn nicht wecken wollte. Da war er ungehalten über den Diener und trug ihn auf, im Fall diese Dame nochmal kommen sollte, ihn gewiss zu wecken. In der zweiten Nacht erschien sie ihm wieder im Traum in einem roten Kleid und war traurig. Früh fragte er den Diener, ob die Dame wieder da gewesen. Ja, sie war hier, erwiderte er. Ich wollte sie wecken, aber es war nicht möglich, sie schliefen so fest, dass ich aufgeben musste. Da fragte er den Wirt nach der fremden Dame, aber dieser wusste von keiner. Da nahm er sich vor, die dritte Nacht nicht zu Bett zu gehen, aber er hielt es nicht aus, die Augen fielen zu, er verfiel in festem Schlaf. Diesmal sah er die Dame weiß gekleidet mit Tränen in den Augen, er wollte sie an sich ziehen, da verschwand sie und er wachte. Es war heller Tag und als er sich ankleidete, fand er am Tisch die andere Ringhälfte und mit Kreide folgende Zeilen. Ein lebwohl vom weißen Reh, gern hätte ich dich wieder gesehen, dass dies nicht sein konnte, hat dein Diener verschuldet, der dir einen Schlaftrunk gegeben. Nun war er unglücklich, dass er das Reh in seiner nunmehrigen Gestalt als menschliches Wesen niemals mehr sehen sollte und sein Zorn entlud sich auf den Diener, den er entließ. Er nahm sich vor, eine Zeit lang in der Stadt zu bleiben, vielleicht könnte er Nachricht von der Dame bekommen. Einmal erfuhr er, dass die Prinzessin Amaranta, die Tochter des Königs, welche aus kürzlichen Hanger Abwesenheit ins Vaterhaus zurückgekehrt, sehr viele Freier habe, denn dieselbe sei ebenso schön wie klug, aber sie wolle trotz des Drängens des Vaters nicht heiraten und trachte ihre Freier auf folgend sonderbare Weise zu entledigen. Es müsse sich jeder, der um sie wirbt, dreimal verstecken und nur, wenn sie ihn nirgends finden könne, wäre sie seine Gemahlin. Nun habe sie einen Zauberspiegel, wenn sie hineinschaue, sehe sie alles in der Welt, daher sie noch je im Versteck entdeckt habe. Als der junge Mann dies hörte, reizte ihn sein Abenteuer und er ging hin und meldete sich als Freier. Es wurde ihm, ebenso wie den Rivalen, ein Zimmer im königlichen Palast angewiesen, er sollte sich binnen drei Tagen das erste Mal verstecken. Aus lange Weile machte er am Schloss herum Spaziergänge, da sah er zwei Knaben, die einen großen, schwarzen Vogel materten. Einer wollte ihm die Federn ausreißen, da wurde er unwillig über diese Boom und verwies ihnen ihr Tun. Um den Vogeln aus den Händen zu befreien, gab er ihnen Gold und schenkte ihnen Freiheit. Der Vogel flog in die Höhe und kreiste um ihn herum, als ob er seinen Dank dadurch hätte zeigen wollen. Als der dritte Tag gekommen sah er sich um, wo sich ein Versteck finden könnte, aber trotz aller Mühe konnte er nichts passendes finden. Es wurde ihm bang, der Tag neigte sich und schon wollte er unter eine Brücke kriechen, um sich zu verstecken. Als er einen Rauschen über dem Kopf vernahm, erblickte empor, gewahrte einen riesengroßen, schwarzen Vogel, der ihn herabließ, ihn unter die Fittiche nahm und in die Luft flog. Als die abgelaufene Frist von drei Tagen um war und die letzte Stunde schlug, nahm die Prinzessin den Zauberspiegel und suchte den versteckten Freier, aber sie fand ihn nicht. Auf der Erde war er nirgends zu finden, da sah sie ins Wasser, da war er nicht, dann in die Luft, da gewahrte sie unter den Fittichen eines großen Vogels. Das imponierte und sie sprach, dieser Mensch ist mit übernatürlichen Kräften im Bund, wenn er sich die anderen beiden mehr ebenso gut verstecken will, dann will ich seine Gemahlin sein. Der Vogel ließ ihn herab, als sie ihn erblickt hatte und nun hieß es für ein zweites Versteck zu sorgen. Es wurden ihm wieder drei Tage Zeit gelassen, um sich die Langeweile zu vertreiben, machte er Spaziergänge. Diesmal wählte er das Ufer des Flusses, der nah beim Schloss vorbeirauschte. Da sah er einen Fisch am Ufer, halb verschmachtet, weil er sich am Trockenen befand. Aus Mitleid setzte er ins Wasser, der tauchte unter, kam in die Höhe und schwamm dreimal im Kreis, um seinen Dank zu zeigen. Als zum zweiten Mal die Zeit zu Ende gegangen und er wieder nicht wusste, wohin er sich verstecken sollte, ging er auf die Brücke des Flusses. Als er zur Stelle kam, wo er den Fisch ins Wasser gesetzt hatte, tauchte derselbe in die Höhe, sperrte sein Maul auf und verschlang ihn. Als die Glocke schlug, nahm die Prinzessin den Zauberspiegel und suchte auf der ganzen Erde, fand ihn aber nicht. Dann sah sie in die Luft, da war er auch nicht. Endlich schaute sie ins Wasser, da sah sie ihn im Maul des Fisches. Darüber war sie erstaunt und dachte, wenn dieser Mann solche Zauberkünste zustande bringt, muss ich mich ergeben. Als er sich entdeckt sah, spielte der Fisch an Land. Nun kam das dritte Versteck. Diesmal glaubte er nicht, dass es ihm gelingen werde, sich gut verstecken zu können, er dachte. Der Vogel und der Fisch werden mich nicht ein zweites Mal verstecken. Wer sollte sich erbarmen? Er ging im Schlossgarten spazieren und sah sich die schönen Blumen an. Da gewahrte er einen Stock Rosmarin, ganz von Unkraut überwuchert, sodass derselbe verkümmert war und nicht wachsen konnte. Ist doch schade, dachte er um diesen schönen Stock, dass er hier verderben soll. Ich werde ihn auskramen und in lockeres Erdreich pflanzen. Gesagt, getan, erborgte sich beim Gärtner einen Spaten, grub den Stock aus der Erde und setzte ihn auf einen sonnigen Platz. Am dritten Tag, gerade als der Termin zu Ende war und er ratlos hin und her ging und nicht wusste, wo er ein Versteck finden werde, fiel ihm der Rosmarin ein. Er dachte, ich muss nachsehen, ob er wächst. Er ging zum Platz und bückte sich, um ihn besser sehen zu können. Auf einmal schoss der Rosmarin empor, breitete sich aus, wurde höher und dichter, bis sich eine Art Kuppel über ihm bildete, sodass es wie eine Kapelle anzusehen und er eingeschlossen war. Die entscheidende Stunde schlug, die Prinzessin sah in den Spiegel, aber fand ihn nirgends weder auf der Erde noch in der Luft noch im Wasser. Es wurde ihr bang und sie bereute ihn ein drittes Mal zum Versteck veranlasst zu haben. Voll Missmut begab sie sich in den Schlossgarten und promenierte dort mit der Kammerfrau. Da sah sie neben dem Weg eine prächtige Kapelle aus Rosmarin, die früher nicht da gewesen. Sie sandte nach dem Gärtner und fragte ihn, wie diese Kapelle herkomme. Der war erstaunt und konnte sich das Wunder nicht erklären. Nun ließ sich die Prinzessin eine Schere geben und schnitt einen Stängel vom Rosmarin ab. Da sank die Kapelle zusammen. Es blieb nichts zurück als ein Stock und daneben stand der junge Mann. Die Prinzessin war angenehm überrascht. Sie gab ihm die Hand und ging mit ihm ins Schloss zum König und sagte, Herr, lieber Vater, siehst du meinen zukünftigen Gemahl? Er hat die Bedingungen erfüllt, die ich an ihn gestellt. Deshalb muss ich Wort halten. Als die Hochzeit vorüber war, gestand die Prinzessin, dass er kein Fremder für sie sei. Da sie ihn schon lange kennen, er möge er den gebrochenen Ring zeigen, den sie ihm einmal, als sie noch in Gestalt eines weißen Rehs auf der Erde war, gegeben. Sie habe sich sehr gekränkt, dass er die Zeit verschlafen, als sie zu ihm gekommen und sie hatte ihren vielen freier und so harte Bedingungen auferlegt, weil sie keinen anderen wollte. Du hast einmal was Lustiges gesagt. Wo denn? Ja, irgendwas mit Chaco. Ich glaube ja, das heißt Saco. Kato Kato, du hast so gut aufgepasst. Ja, was glaubst denn du? Glaubst du, ich mache meine Ohren zu bei einer Geschichte? Na ja, wenn du deine Ohren bei der Geschichte so zumachst, wie du manchmal deinen Mund zumachst, wenn ich dir Zähne putzen will, dann würdest du nicht sehr viel mitkriegen aus der Geschichte. Ja, das stimmt. Ich mag halt das Zähne putzen nicht so gerne, aber ich sehe es ja ein, das muss sein. Hey, das war ein Reim. Kannst du denn nochmal sagen? Ich sehe es ja ein, Zähne putzen, das muss sein. Das ist ein guter Satz als Abschied, oder? Sagst du noch Tschüss zu den Kindern, dann putzen wir den Zahnpasta-Fell und deine Zähne nochmal, okay? Also, liebe Kinder, kommt's bald wieder. Bussi, Baba! Oh, hallo! Ihr seid ja schon da, oder noch da, oder wieder da, oder kurz da, oder vorher da, oder nachher da, oder immer da? Keine Ahnung. Auf alle Fälle, liebe Leute, groß und klein, schaltet euren Kanal jetzt ein. Was? Euren Kanal? Ja, hab ich ja gesagt, liebe Leute, groß und klein, schaltet meinen Kanal jetzt ein. Ja, schon besser, Katakalo. Was willst du damit sagen? Naja, es ist einmal Zeit, allen, die schon abonniert haben, ein riesengroßes Katzen-Katakalo-Geschichten-Bussi zu schicken und Danke zu sagen. Und allen, die meinen Kanal gern anschauen, aber nicht abonnieren, warum macht's ihr das denn nicht, ihr kleinen Würstels? Jetzt gebt's mir doch einmal ein Abo-Bussi und dann kriegt's auch eins von mir. Ach man, bin ich schon wieder aufgeregt. Also bitte Leute, abonniert's mich, schaut's vorbei, gebt's mir ein Like. Und wisst's, was ich auch noch gern hätt? Vielleicht schreibt's mir ja mal was in die Kommentare. Katakalo, seit wann kannst du lesen? Na, kann ich eh nicht. Du lest's mir vor. Okay. Aber nur liebe Sachen. Weil böse Sachen mag ich nicht. Das ist dann fast wie das gemeine Mäusevolk. Mag ich auch nicht. Wasser mag ich auch nicht. Schöne Kommentare mag ich auch nicht. Also, nicht vergessen. Anschalten, einschalten, umschalten. Nicht nur einschalten, anschalten, dranbleiben, drinbleiben und Abo dalassen. Mua! Mua!